Musik Migration hat einen hohen Stellenwert, insbesondere in Berlin, was einer der Orte ist, die man vielleicht als Kristallisationspunkt und Kämpfe bezeichnen könnte. Mit einer bundesweiten, vielleicht auch europaweiten Ausstrahlung. Ein Experimentierfeld soll das sein, um genau das möglich zu machen, was Correa gerade gesagt hat, Akteure zusammenzuführen, andere Perspektiven kennenzulernen und uns selbst dabei auch stärker zu vernetzen. Komm schon, schau dir aus deinen Augen, schau dir die Begriffe auf den Preis. Die Freiheit ist ein Verb, eine Aktion und ein Urge, etwas, was nie zu Ende ist, nie zu Ende ist. Es ist etwas, was man kann machen, etwas, was man kann nehmen, etwas, was man kann nehmen, etwas, was man muss immer wieder sein. Hallo, hallo, hallo everybody. Wir willkommen euch heute hier und wir versuchen, in einer kleinen Begriffe, zu zeigen, die Ausstrahlung zu zeigen, was man sieht, was man sieht, weil es eine lange Geschichte, von der Bewegung, von Menschen, die in der Oranien-Plus kämpft, in der Oranien-Plus kämpft. Ich will explain the idea of the exhibition, weil die Idee ist, dass es lange vor, mehr als 1 Jahre lang, ein paar Refugee von der Oranien-Plus kämpft und diskutiert, wie sie können diese Geschichte der lange Zeit der Ressistenz in der Straße bringen. Und es ist auch wichtig, dass die Menschen das zeigen. Und von diesem Zeitpunkt kommt die Idee, aber nachdem, dass wir nicht genug Zeit haben, um unsere Idee zu machen, um ein Museum zu machen, vor allem nach dem Ausstrahlung von der Oranien-Plus kämpft und auch nach dem Ausstrahlung von der Senat zu ausstrahlen die Schule. Und die Idee, bevor, vielleicht zu nutzen, die Schule zu nutzen, um diese Ausstrahlung zu machen, um diese Ausstrahlung zu machen, als Refugee-Antinational Center zu machen. Aber wir haben keinen Erfolg, weil wir in diesem Zeitpunkt mehr kämpften, eine sehr politische Kampf kämpft, mehr als die Ausstrahlung. Aber ich denke, dass wir jetzt irgendwie eine Chance haben, um es zu machen. Die Ausstrahlung ist nicht nur um die Geschichte zu zeigen, sondern wir versuchen, um diese Geschichte zu zeigen, um die Archive zu zeigen, weil wir denken, dass es noch im Prozess funktioniert, dass etwas weitergehen muss. Denn die Bewegung ist nicht zu stoppen. Deshalb können wir nicht sagen, dass die Exhibition endet hier. Vielleicht, wenn wir die nächsten Mal sehen, wenn wir es im Kosberg Museum sehen, wir kommen und sehen, mehr und mehr. Denn etwas weitergeht mit der Zeit. Das WEEKEND REVOLUTION ist eine Radical-Inclusion. Es ist ein Holiday von Populär-Revölkerung. Es ist die soziale Interaktion der reverberating Faktions, die mit den Fakten, um die Fakten, um die Fakten zu machen, um eine Silent-Vote. Aber LOWER-PAY und HIGHER-RENT ist eine andere Art von Violence. Violence in Action und in Need. Violence in Feeling your Irrelevanz, Revealing every way in which you never will be free. Herzlich Willkommen zur Ausstellung We Will Rise Kulamathamam. Es ist zum einen eine Ausstellung über die Geschichte der Refugee-Bewegung seit 2012. Hier gibt es eine Timeline mit allen Ereignissen und vielen Fotos. Und zum anderen ist es geworden im Lauf der Vorbereitungszeit von einer Ausstellung zu einem Archiv, weil wir festgestellt haben, es gibt eigentlich kein Archiv, wo das ganze Wissen und die ganzen Erfahrungen gelagert, gespeichert und vielleicht dann weiter verarbeitet werden. Das heißt, die Ausstellung ist eigentlich nur eine Einladung an alle, die was dazu beizutragen haben, einen Diskussionsbeitrag, Material, das in das Archiv zu geben und die Ausstellung weiter wachsen zu lassen. Die nächste Station wird sein im Kreuzberg Museum ab dem 6. August. Und ihr seid alle herzlich wieder eingeladen. Ansonsten viel Spaß beim Angucken. Aber Freiheit ist ein Verb, ein Weg zu der Superbe, als furchtbar als die Barrelle von einem Räumen. Es passiert aus der Need. Es ist ein Flyer und ein Seed. Und es ist etwas, das Terrible Potenzial hat begonnen. ... ... Tat ist man mit Kinderlöch, boi in Barrikaden. Auf die Gassen gehen Arumar, bitte röp'rjaden. Es weißen gut die Kinderlöch, der Tate wird nicht kommen. Sie ist der Tate, heint den Gassen mit seinem Wegswarnungen. O, aber so ist auch Kchanelöch, Kinder, komm mit mir. O, aber so ist auch Kchanelöch, der Tate wird nicht kommen. Die Schufladen von Kamod mit den alten Fass. Die Barrikaden stellen mir ab und mit den Gass. Die Barrikaden stellen mir ab und mit den Gass. Hei die Barrikade, hei die Barrikade. Ich möchte die Bratel, ich möchte die Kitsche. Hei die Barrikade, hei die Barrikade. Hei die Barrikade, hei die Barrikade, hei die Barrikade. Ich möchte immer sagen, dass die Barrikade für die Rechte und die Migration und die Barrikade ist das gleiche als die Barrikade für die Arbeit. Es ist die gleiche gleiche Bewegung. Es ist nicht wirklich nur zwei Dinge zusammengefasst. It needs to be seen as part of the same struggle. My family came from this part of the world to America over 100 years ago at a time when the doors of the United States were wide open to the immigrants of the world. And in 1924 they changed their migration politics and they closed that door. And as one of my Yiddish teachers put it, you know, before, 100 years ago in the Russian Empire, there were many pogroms and there was a lot of racist violence going on. And what happened was, he said in Yiddish, thousands died and millions left. And then after 1924, when America changed its policies, what happened was, thousands left and millions died. And we shouldn't forget what happens when we close doors like that. Don't forget as the fight is continue, it's not finished. We'll see you next time. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020